Die Kamera läuft. Ja, läuft sie. Ja, läuft sie. Das gucken wir uns dann zu Hause an, ne? Oh, doch schön. Dann machen wir sie mal alles. Einfach hier auf der Stühle? Oh, warte, dann haben wir Krautsalat. 69 und 70. Das ist Anna. Ja. Ich habe für das Spieß von Schweinefülle. Mit Käse überbacken, Mayonnaise, Reis, gemischter Salat. Und das ist auch noch mit Kräutern. Also Schweinefülle. Na, gemischter Salat. Schweinefülle mit Käse überbacken, Mayonnaise, Krautsalat, Reis. Schweinefleisch mit Käse. Das ist sehr heiß. Das Schwein ist sehr heiß. Das ist ganz, ganz heiß. Nicht anfassen. Ja, das ist sehr heiß. Das ist schon verbrannt. Verbrannt ja ich auch. Was er meint, Herr, auch noch mal für. Wo haben wir denn? Ja, doch, 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 doch. Unser Reis. Ja. Unser Schweinefilet mit Käse überbacken. Tomate und Salat. Dieses Schwein ist sehr heiß. Das ist Schweinefülle. Sehr heiß. Ja, ja. Gut, okay. Jetzt war mein Salat. Okay. Deine Kontaktaufnahme. So. Ich bin auch so krank. Kann schon hier, kann nicht mehr. Erschöpft. Kann nicht mehr. Bauchdick. Teller leergefegt. Wie sie das gehört. Ja. Gleich. Jetzt hat es gleich geschafft. So, den letzten Happen. Und ja. Jawohl. 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 Komm, die beiden. Hübschen. Vorbeigehen? Jawohl. Jawohl. Eigentlich film. Schau mal. Wie schön. Ich möchte auch als Sonderrede machen, nicht mal spielen. Und wo stehe ich jetzt wieder auf? Hier in meiner Hand. Ach, mein Vater wieder. Da ist er. Mein Name. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Ja, du. Obwohl ich nichts hin habe, kriege ich dann wieder meine Schwierigkeiten. Okay, wir können gehen. Alright. Drück auf den Boden. Ich habe auch noch nie im Regen gefilmt. Kommt mal. Im Regen habe ich auch noch nie gefilmt. Nee. Es regnet. Auf dem Weg zum Auto.